Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver- und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Ich bin gesehen, Italien, hat er nicht möglich. Schiff. Ich bin es einfach. Ich bin es einfach. Ich bin es nicht so. Ja, ich bin es ja. Ich bin es nicht so. Oh Du da! Stop! He's flagging! Keep up it, boys! Keep him inside! Keep up it, boys! Keep up it, boys! Keep up it, boys! Oh, help! Keep it, boys! You! Huh? Oh! Ha! Ugh! And that is, that is not much sense. Oh, that is not much sense. That is not much sense. Oh, thank you, thank you! Uh. Um. Das war's für heute. 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 Oh, I've got a lovely clear... Faster! Faster! He's trying to give us the slip! Faster, lad! We're losing now! 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 We're losing now!